Seit 1993 sind wir hier im Heinrich-Butter-Haus tätig. Wir sind jeden Dienstag, hauptsächlich sind wir hier im Musikzimmer mit Schneidern und Plaudern. Zu unserer berufstätigen Zeit haben wir natürlich noch ganz viele andere Kurse durchgeführt, vor allen Dingen auch mit Kindern, Kreativkurse, Bastelkurse, alle mögliche Art, Stoffmalerei, Gipsmalerei, Friesenbäume, also was alles möglich war, haben wir. Jetzt arbeiten wir alle nur noch ehrenamtlich hier im Verein. Schneidern und Plaudern ist natürlich groß angesagt, ist immer noch aktuell und wir freuen uns alle, dass wir beieinander kommen. Wie Sie sehen, das Gesellische wird hier auch gepflegt. Und wir hoffen, dass wir das noch ein paar Jährchen so bei bester Gesundheit durchhalten können.